Hallo Leute, willkommen bei der Wahlparade 2002. Meinungen, Stimmungen und Tendenzen, Sie hatten die Wahl. Und wir die Qual. Und hier kommt Ihr Wahlergebnis. Geil! Schlatz 10! Computer-Lockbuch Nummer 1 von unserem Traumschiff Captain Cork. Früher war alles besser. Oh! Oh! Uh! Uh! Mei, mei! Mei, mei! Machst du mich schon wieder nach? Nein! Was hast du denn? Eine schlechte Wetterfront. So ein Teil von der Piscaya. Stell dir vor, das Tiefgabi unterdrückt unser Hoch-Eberhard. Dieser Grauanfall. Und was kriegen wir rein? Die Tiefdruck-Ausläuferin Jutta. Bäh! Ach, Captain, ich vermisse die Sonne. Fliegen wir heute hin? Wie stellst du dir das vor? Du bist zu lustig. Um die Jahreszeit fliegen sie doch alle dahin. Was meinst du, wie es dazu geht? Schrotti! Geh, hör doch auf in der blöden Flöterei. Was ist denn? Komm sofort mit Knabbereien auf die Brücke. Wir möchten unseren Lieblingsfilm anschauen. Ja! Licht aus. Licht ist aus, mein Captain. Film ab. Film läuft. Film profit. Schnecke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was war das? Polizeikontrolle Platz 9 Also wir machen hier die Passionsspiele 2000 Oberammergau 2000, die Geschichte ist bekannt Meine letzte Polonaise tanzte ich in Kairo Ihre Meinung ist gefragt? Ja? Ein pupsender Papst, der Heinz heißt? Besser als ein heiserer Heizer, der Heinz verheizt Oder ein gräulender Georg, der mit gurgischen Golben Gommen guckt Versucht nicht, mich aufzuhalten Versucht nicht, mich aufzuhalten Natürlich nicht, weil er aus ist Na wer? Der Weg Der Weg ist aus? Bravo, Sissi Okay, Zadam Mir ist wichtig, dass du... Sympathisch Sorry Sympathisch Jawohl Okay, Boss Jawohl Eins, zwei, drei Was ist denn? I shot the sheriff But I was not shot the deputy I shot the sheriff I shot the sheriff Wir sind zurück bei der großen Wahlparade 2002. Du Lutz, was gibt's, Löffler? Wenn du mich fragst, riecht es hier ganz extrem nach einer Wahlschlappe. Kein Wunder, ich hab auch eine an. Spaß beiseite. Jetzt wird's spannend. Hier kommt die erste Hochrechnung. Und sag, ha, Leute, das glaubt ihr nicht. Was? Das ist eine Primzahl. Fitteln, Platz 8. Das ist eine Primzahl. Platz 7. Sie ist... Franz. Was ist das? Dein Name. Nein, ich meine diese bunte Stange, die es wagt, den Kaiser und der Kaiserin den Weg zu versperren. Sie ist rot-weiß-rot gestreift. Das erinnert mich an etwas Rot-Weiß... Pomfritz! Nein, liebe Sissi, der Pommernfritz ist leider tot. Aber Rot-Weiß-Rot? Natürlich unsere Landesfarben. Liebe Sissi, wir sind in Österreich. Willkommen daheim! Halt! Halt! Stehenbleiben und Hände hoch, ihr verschissenen Monarchenschweine! Nicht in diesem Ton. Halt! Stehenbleiben und Hände hoch, ihr verschissenen Monarchenschweine! Besser. Was macht ihr auf unserem Grundstück Österreich? Das hab ich gekauft. Warum? Mir war langweilig. Naja. Deswegen entsteht hier in Kürze die Deutsche Demokratische Republik. Gut, dann gehen wir außen rum. Bravo, Süß! Hallo, Wahl-People! Seid ihr auch schon scharf auf neue Wahl-Trends? Dann holt sie euch beim Löffler! Danke, Roni! Scheiße, Leute, der Computer ist abgestürzt! Der Computer ist abgestürzt! Hören Sie dazu einen Kommentar von Lutzmann! Ja, äh, Computer abgestürzt! Und das sage ich, warum auch nicht? Ich meine, scheiß Stimmung, wer weiß das vorher? Aber das sage ich mit aller Deutlichkeit und entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, scheiß Rente, bleib im Waldorf! Und das sage ich zum Schluss! Danke, Lutz! Bitte, Löffler! Nach dieser erschütternden Analyse hier die weiteren Ergebnisse. Schlaf 6! Okay. Ich spiel's nochmal, Sam! Das Bühne! Pass auf! Nein, jetzt noch nicht. Hallo Freunde der leichten Unterhaltung. Ich heiße Bulli, aber das macht nichts. Ich bin heute mit meiner Tapete auf dem Weg zur Wahlkabine. Und das ist gut so, denn hier trifft man Hinze und Kunze. Ich dachte mir, heute lasse ich mal die Blumen sprechen. Mit meinem roten Bundesrat schmuggelte ich meine Blüten durch den Vitschorek-Zoll. Denn auf dem Müntefering war wieder mal Stau. Weder links noch rechts ging was vorwärts. Um meinen bayerischen Strauß jedoch frisch zu halten, benutzte ich einen feinen Zerstäuber. Doch das reichte nicht. Also dachte ich, ich gieße ihn noch ein wenig mit einem Tropfen Westerwelle. Äh, Quelle, sorry, das war ein Wahlversprecher. Plötzlich traf mich mit voller Wucht ein Bettstein am Biedenkopf. Es war Joschka, der grüne Star, man nennt ihn auch den König der Fischer. Derselbe Kohlkopf, der immer über Dr. Roman herzog. Er demonstrierte. Nieder mit dem Rümelin, nieder mit dem Rümelin, Schröder-Köpf, Sie alle! Schröder-Köpf, Sie alle! Mir wurde ganz schwarz vor Augen und ich sah überall nur noch grüne Männchen. War das etwa ein Schill-Bürger-Streich? Ich stellte ihm die Vertrauensfrage. Hey, dein Hund da, hat der einen Spendernamen? Ist das ein Weibchen oder ein Rühe? Er sagte, der Kleffer heißt Friedrich und am liebsten mag Friedrich Merz Spezialdrechees. Und jetzt gehen wir nicht länger auf den Eichel, sonst mach ich aus dir ein Charping. Na warte, sagte ich ziemlich rau, das merkel ich mir. Eines schönen Tages, da weigel ich dich windelweich. Da kannst du da dann mal gucken, wo du dein abgestandenes Chili-Konka nachher bekommst. Beleidigt sprang er hoch auf den gelben Wagen, der wo bereit stand. Der wo bereit stand. Nahm sich das Ökosteuer und fuhr davon. Und wenn er nicht gestorben ist, dann strampelt er noch heute. Danke. Löffler, bist du's? Ja, Roni, was gibt's? Haben wir noch Zucker zu Hause? Oh, da muss ich mal nachfragen. Moment. Hey, Lutz, haben wir noch Zucker zu Hause? Nein. Nein. Gleich. Ciao. Ciao. Mit oder ohne Zucker? Sie hatten die Wahl. Platz vier. Hallo, ich such doch ein Röschen. Ich nix doch ein Röschen. Ich rüttküppchen Türkei. Kai. Ach du Scheiße. Okay, ich such eine Frau. 100 Jahre schlafen. Rüttküppchen nix schlafen. Rüttküppchen immer Arbeit. Gut, anders. Ich such einen König. Dornen, Heckenschneiden und so einen Käse. Prinz, was willst du von Dornhöschen? Dornhöschen Schlafmütze. Ich nix schlafen. Aber ich soll hierher kommen, die Heckenschneiden und dann heiraten. Bitte fick mich. Was? Ach nix. Fick mich. Was? Fick mich. Kann man das senden? Fick mich. Ja! Und wenn sie nicht gestorben sind, dann fücken sie noch heute. Platz drei. Platz drei. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich... Ich hab was für dich gebastelt, Mary Ein Vogelhäuschen Ja Robert! Mary Robert! Mary Robert! Mary Robert! Mary Robert! Verdammt Mary, so ne Scheiße, ich hab noch Sekundenkleber an den Händen! Verdammt Mary, so ne Scheiße, ich hab noch Sekundenkleber an den Händen! Jetzt in Chile! Hey Leute! Da sind wir wieder! Die große Wahlparade! Am Puls der Zeit! Tendenzen, Stimmung und Meinungen! Wir haben für Sie den Mann auf der Straße befragt! Und das sollten Sie sich besser mal anschauen! Hey! Entschuldigen Sie bitte! Hey! Was würden Sie ändern, wenn Sie morgen an die Macht kämen? Deine Frisur, du Drecksack! Diese Umfrage wurde Ihnen präsentiert von der Erlebnismetzgerei Konrad Fickeisen! Konrad Fickeisen! Hier geht's um die Wurst! Platz 2! Guten Abend bei Wissenschaft und Technik! Wir möchten uns heute einmal mit dem Phänomen der Schwerelosigkeit auseinandersetzen. Hierfür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Genauer gesagt zwei deutsche Astronauten. Das ist zum einen der Klaus aus Stuttgart. Guten Abend, Herr Pupplatt! Ich grüße... Ich bin ein bisschen aufgeregt. Guten Abend! Ich grüße den Raketenclub Böblingen e.V. mit einem dreifachen Countdown, Ulle! Und das ist zum anderen... Applaus, das ist Ihr Applaus! Und zum anderen der Wolfram aus Hürnberg. Ich grüße meinen ehemaligen Filialleiter vom REWE-Markt, mit dem ich gewettet habe, dass ich heuer noch ins Fernsehen komme! Wichtiges Thema der bemannten Raumfahrt ist ja nun die Ernährung! Zurzeit bei REWE im Angebot die Schokoladenlebkuchen, die ganze Palette für 30 Mark! Herr Pupplatt, meine Mutter hat mir ein Fesper mitgegeben und ich hab's mir vorsichtshalber um den Hals gebunden wegen der Schwerelosigkeit! Nun haben amerikanische Forscher festgestellt, dass die Schwerelosigkeit einen enormen Einfluss auf das Sozialverhalten deutscher Astronauten ausübt. Zu diesem Zweck haben wir hier eine kleine Versuchsanordnung vorbereitet. Wir werden nun mit Hilfe einer äußerst komplizierten Simulation unsere beiden Astronauten in den Zustand der Schwerelosigkeit versetzen. Lass mich sofort runter, du Sackgesicht! Hier sehen wir ganz deutlich, meine Damen und Herren, wie die Schwerelosigkeit das Aggressionspotenzial fördert. Amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass dies zurückzuführen ist auf eine Fehlfunktion im Gehirn. Herr Pupplatt, der hat doch gar kein Gehirn! Halt's Maul, du Spätzle-Fresser, du stinkende! Komm halt rüber, du fränkische Note! Meine Damen und Herren, ganz anders sieht die Situation aus, wenn man die beiden schwerelosen deutschen Astronauten nun mit einem Weibchen konfrontiert. Die haben das einmal vorbereitet. Ja, meine Damen und Herren, durch diesen spontanen Pfiff wurde ein Druckabfall ausgelöst, somit die Schwerelosigkeit neutralisiert. Dies führt naturgemäß zum Absturz. Guten Abend, meine Damen und Herren. Liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Wahlberechtigten und Wahlberechtigtinnen, die Stimmen sind ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Hier nun eine Tortengrafik aus unserer Grafikabteilung. Sehen Sie nun, Platz 1, der wahrscheinlich geilste Witz der Welt. Die Tagesschau ist für mich mein ganz persönliches Lebenswerk. Allein die Entwicklung des Drehbuchs hat über zwölf Jahre in Anspruch genommen. Für mich ist dadurch ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich bin unheimlich glücklich, mit der Schauspielerin zusammenarbeiten zu dürfen, die ich beim Drehbuchschreiben schon im Kopf hatte. Und hier handelt es sich um keine geringere als Miss-Tagesschau Dagmar Berghoff. Action Dagmar! Guten Abend! Cut! Hervorragend! Die Hauptdarstellerin ist von der Story überzeugt. Nun, das Drehbuch gibt eine ganze Menge her. Es gibt Sex, es gibt Schießereien, es gibt Action, es gibt Sport. Und erstmals in einem deutschen Kinofilm zu sehen, ist die exakte Uhrzeit. Doch leider ging bei der Produktion nicht immer alles glatt. Die größten Schwierigkeiten, die hatten wir in der Wüste dort zu drehen, ist leider immer etwas problematisch. So Salam, hier ist wichtig, dass du sympathisch rüberkommst. Sympathisch? Absolut sympathisch. Okay Boss! Alles klar, auf Anfang, wir können. Okay, komm mal ein bisschen. Und Action-Sala! Cut! Sympathisch genug? Es ist ja sozusagen ein Dogma-Film, ein Dogma-Berghoff-Streifen. Dazu braucht man natürlich das richtige Wetter, auf das mussten wir aber fast drei Monate warten. Oh, jetzt regnet es schon wieder. Doch jetzt nach vier Jahren Dreharbeiten und einem Budget von 250 Millionen US-Dollar, kommt die Tagesschau endlich in die Kinos. Sehen Sie nun exklusiv einen Ausschnitt aus, die Tagesschau. Guten Abend! Die Tagesschau, jetzt im Kino. Tja, es gibt Gewinner und Verlierer, oder Lutz? Ja, das war die große Wahlparade 2002. Bis zum nächsten Mal, wenn es im Ruhrpott wieder heißt, Rettet die Wortwahl! Mist! Hallo Leute! Hey Leute, da sind wir wieder. Die große Wahlparade. Am Puls der Zeit. Am Puls der Zeit. Am Puls der Zeit. Meinungen. Diese Umfrage wurde Ihnen präsentiert von der Erlebnis-Metzgerei Konrad Fickeisen. Metzgerei Fickeisen. Hier geht es um die Wurst. . Wenn du wie hier herumlaufenst pro reppastst, sie differential in der Le해야 uns mit unseren Hangen auf von den Gängen канале g resposta und auf den Gängen, Und kaffee Marketấp-Laum. 갖igend ja kurz werdet und die sitting closest voran hat origin傾len. Das war die Ghourparade 2002. Hier falou das kein Помisters aplus.